Musik Da vorne Ja, der Fahrräder darf die U3AWC, TD711 Primobil Wieder in Ordnung Litteln Und wieder einzeln Was die Colle? Da vorne Litteln Litteln Na, wie sieht er von der Anpassung aus? Soll ich da gucken, wo die ganzen Menü sind? Da, wie sieht er? UNITED TANGA 7 BABAK LIMA 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 Komm gar hin. Ist das nicht LZ? LZ 8E, man muss das sagen. DELTA DELTA 7 LIMA PAPA QRP Portable from Husam North Sea. Report is for you. It's 5 and 9. 5 and 9. 0, 0, 2. Roger. I think I've got 0, 0, 2. Is that from DELTA DELTA 7 LIMA PAPA Portable. 0, 0, 2. QSL. Okay. 0, 0, 2 from Husam North Sea. Roger. QSL. Okay. Many thanks indeed. 73. Bye bye there. Golf on Mike 9 Radio. Contest over. Okay. Have a nice day. 0, 5. Mexico 9 Radio. Contest over. CQ. Contest. CQ. Contest. CQ. Contest. Mexico 9 Radio. Contest. CQ. Contest. Mexico 9 Radio. Contest. I'm getting confused. Mike 9 Radio. We'll call these PMs. Mexico 9 Radio. Contest. CQ. Contest. LIMA PAPA QRP Portable from Husam North Sea. This is DELTA DELTA 7 LIMA PAPA QRP Portable from Husam North Sea. Your report is 5859 003. Roger. Roger. Please again your location. DELTA DELTA 7 LIMA PAPA Portable. Your location please. Over. Okay. My location is near town Husam. Juliet Ocean 44. Mexico November. I am east of the island of North Strand. I am east of the North Strand Island. Roger. Roger. Thanks for calling. 73. Germany Mike 7 Victor. LIMA PAPA. DELTA DELTA 7 LIMA PAPA aus der Nähe von Husam. QRP Portable mit ca. 3 Watt mit einer kleinen Mobilantenne. Okay. Dankeschön. Hier. DELTA DELTA 7 LIMA PAPA DELA 0 LENKI LIMA CHARLIE. Vielen Dank. 5 und 7 der Rapport 5657 geht nicht so super. Ist kein super Signal aber einwandfrei aufzunehmen. Vielen Dank. Name ist Conny. QTH München. Mikrofon zurück. Ja okay. Schönen Dank für 5 und 9 aus München. Ihr bekommt ebenfalls 5 und 9 aus der Nähe von Husam. 5 und 9 aus der Nähe von Husam. Ich arbeite hier mit einem FT 817 QRP Portable mit ca. 3 Watt an einer kleinen Mobilantenne. Eine MP1. Roger. Ja. Dafür geht das ja super. 5, 6, 5, 7 der Rapport hier aus München. Und einwandfrei lesbar. Kein Problem. Vielen Dank für die Verbindung. Und ja. Dann für den Urlaub noch. Oder ja. Ich nehme an. Das ist wahrscheinlich Urlaub. Ja. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal wieder. Ja. Hier war DD7LP QRP Portable. Ne. Wir sind hier zu Hause. Wir sind hier zu Hause. Wir sind hier mit ein paar Funkfreunden rausgefahren und machen hier ein bisschen QRP Betrieb. Es läuft also Contest nebenbei. Aber naja. Okay. Gut. Das müssen wir hinnehmen. Wir haben ziemlich kräftigen Wind. Temperaturen dürften so 20 Grad ungefähr sein. Sehr kräftiger Wind. Und wir haben hier also noch nebenbei eine Drachenantenne. Wir haben hier also noch eine Drachenantenne hochgezogen. Ich funge aber zur Zeit hier mit der kleinen MP1 Antenne. Ich wünsche noch einen schönen Tag nach München runter. Und bitte in die QSL. Okay? Okay. Kein Problem. Die QSL-Karte geht da raus. Und auch von meinem persönlichen Call. Das ist Delta Fox Trott 8. Mike November. Vielen Dank. Und alles Gute. Bye-bye. Dankeschön. Schönen Tag. Und noch schönes Wochenende. Hier war DD7LP QRP Portable. Dankeschön. Bye-bye. Wen hast du denn dort? Ich habe hier UA3CNZ, RX3AX, LZ5R, YT5W, YT6M und LZ8E. Das ist auch eine ganze Menge schon mal. Jaja. Das ist jetzt 9A. Das muss ich mal kurz hinkriegen. Das ist Kroatien, ne? Du hab hast &ickeln. Aufprall. So ist weiter. Z Hier ist Delta Delta 7 Lima Papa, QRP Portabel und ruf mal. Ja, das ist nicht sehr gut aufzunehmen. Delta Delta 7 Lima Papa, wenn man nicht alles zeugt. Ist nicht sehr lautstark. Hier ist Delta Kilowatt 2 Juliet Hotel. Guten Tag. Ich heiße Bernd, Bravo Eco Romeo November Delta und ich wohne im Sauerland. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag Bernd. DD7 Lima Papa, QRP Portabel aus der Nähe von Husumander Nordsee. Ich arbeite hier zur Zeit mit 3 Watt, mit 3 Watt, mit einem kleinen FP817 und einer MP1 mit einer kleinen Mobilantenne. Roger. Ja, nun kommt das auch hinzu, da ist noch jemand auf der Frequenz, also neben der Frequenz, auch nicht sehr stark. Aber ich glaube, verstammt zwar am 3 Watt, bin aber nicht ganz sicher. Also 3 Watt, ja, das ist natürlich gewaltig worden. Ja, das ist richtig. Das sind 3 Watt QRP Portabel mit einem FT817 mit einer 1,50 Meter langen kleinen Mobilantenne. Ach du meine Güte, ach du meine, auch noch eine Mobilantenne, habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist richtig. Das ist die MP1, die ist ungefähr 1,50 Meter lang. Das ist eine kleine Mobilantenne auf einem kleinen Twingo Fahrzeug. Ich verschlecheineid oder es ist einfach nie. Ich schließe mich, dass die Watt QRP kommt auf einem kleinen Wänen. Also 3 Watt und ich schließe mich, wenn man sieht, dass die Watt QRP kommen. Ich schließe mich, wenn ich in die Watt QRP kommen, weil ich das nicht mit dem, eine neue Watt. Ich liebe, dass die Watt QRP kommt in die Ange��ращипung aus der Watt und in die Watt, auch immer, dass die Watt QRP kommen mehr in die Watt QRP kommen. und ich liebe mich, wie immer sieht, wenn wir zum Beispiel. LZ 910 TNU DELTA 7 LIMA PAPA QRP Portable and I am calling from near Huson North Sea DELTA 0 LIMA LIMA PAPA Portable we are 5901313 ECHO UNIFORM 05 DELTA 7 LIMA PAPA QSL DELTA 7 LIMA PAPA QSL DELTA 7 LIMA PAPA QSL Okay, I'm using here only 3 watt Portable with a Portable Transceiver 817 and a Mobile Antenne DELTA 7 LIMA PAPA QSL DELTA 7 LIMA PAPA QSL DELTA 7 LIMA PAPA QSL DELTA 1LIMA PAPA QSL Thank you, have a nice day sehr come Delta 7 lima papa QSL 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 DELTA 7 LIMA HALES Ja, natürlich. Für dich 5x9 1454. Was ist dein Nummer für mich? Okay, du bist also 59005 von Juliet Ocean 44, Mexiko November. Ich sitze hier east auf dem Island of Nordstrand. Roger? Ja, Roger, Roger. Vielen Dank und das Herzlichen Dank ist ein gutes Signal. Vielen Dank. Guten Abend, 73. Ich benutze nur 3 Watt. Der Transceiver ist FT817 und die Antenne MP1. Short Mobile Antenne, Roger. Herzlichen Dank. Das ist sehr, sehr gut. Ihr Antenne, Ihr Equipment. Herzlichen Dank, mein Freund. Schaut euch an das, mein Resmet 5x9 Plus. Das Antenne LX System, Kilo 9 Alpha Yankee 4² QSR. Okay, all the QSL. Thank you and have a nice weekend. Wish you the bestest. All the best for you. Medi-Tanks. QSL, Sugar, Norway, Trish. S53 E.E. 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 sexuality poduna, Chborough shadowy und two. S53 E.E. S53 E.E. Df5NC, Edmund, auf Nürnberg. Er wundert sich, warum ist er so laut rüberkommen? Da hab ich ja gesagt, dass ich die Kater ziehen habe, 60 Meter Grad. Das regnet nur an, dass das so gut klappt. Es ist Delta, Delta, 7, Lima, Papa, QRP Portable, Delta, Delta, 7, Lima, Papa, QRP Portable, Delta, Delta Delta 7 Lima Papa, QRP Portable is calling. CQIota Contest, CQ Contest, Delta Kino 8, Oskar Lima, Sylt Island, CQ Contest. Delta Delta 7 Lima Papa, DD7P, Grüße Sylt. Some reports, this is Delta Delta 7 Lima Papa, QRP Portable from Husum, North Sea. Report for you is 5859-006, 5859-006, roger. CQS, 006, from Delta Delta 7 Lima Papa, through QRP, and your report is 59253, 253, okay? Okay, thank you for the report on the 15 meter band, good luck in a contest, and please QSL. Bye bye, QSL is okay, 73, from Italy 04, Japan Mike Alpha, call 10. Okay, thank you, so this is Delta Delta 7 Lima Papa, Delta Delta 7 Lima Papa, from Husum, North Sea, I am using your QRP, FT817, and output is only 3 Watt, to a mobile antenna, roger. Right, okay, Delta Delta 7 Lima Papa, good evening to you, and thank you for coming back to the call. You're about a 5 and a 6 here, there is a lot of noise around your signal on the frequency, but I did get the call sign. The name here is Steve, the name is Steve, and the QTH is Rotherham, Rotherham in the north of the UK. Okay, so microphone returning, Delta Delta 7 Lima Papa, Mike 5, Sierra Tango, Charlie, over. Okay, Steve, thank you for all the information. I said before, a report for you, it's 5859, 5859. I'm using an FT817, 817, portable transceiver, with QRP, 3 Watt only, and the antenna, it's a short mobile antenna, names like MP1. MP1 is the name of the antenna, it's a 1.5 meters long antenna. The outside temperature, in a moment, we had between 20 or 22 degrees centigrade, it's totally overcast in a moment, and I mean, it becomes rain in the next hour on this place here. I said many things for the short contact, wish you the bestest, have a nice weekend, and said many things for the short contact. Okay, I think you've finished your transmission, still struggling with it, because the signal's shifting quite a lot, around about 22 Celsius. We've had around about 21 here, degrees Celsius, so it's not been a bad day at all, plenty of sunshine of course, and quite a bit of blue sky today. So it's been quite enjoyable, and it's been a long time ago, Charlie, thank you very much, bye-bye, thank you. Okay, Steve, have a nice day, thank you, thank you, this is Delta and Delta 7, P-map-up are off and clear, bye-bye. Thank you, thank you very much, and bye, that seems good. Thank you, thank you. Thank you, thank you.